Seid gegrüßt, ihr Lieben. Wir müssen sparen. Nicht nur bei Gas und Strom, nein, auch bei unseren Shisha-Tabak sollten wir sparen. Und deswegen zeige ich euch heute ein paar Köpfe, die richtig sparsam sind. Einer der wohl bekanntesten sparsamen Köpfe der neuen Zeit ist der Hokka-In-Lolot, wie hier oben zu sehen. Den habe ich hier noch einmal. Das funktioniert tatsächlich, aber 6 Gramm könnt ihr euch schon verabschieden. Ich zeige euch jetzt mal überhaupt das Volumen. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. 10 Gramm sind nicht gleich 10 Gramm. Es kommt darauf an, wie viel Molasse drin ist. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Beides sind 10 Gramm. Das ist Shades-Tobako, hat recht viel Molasse, wie man sieht. Und das hier ist der Kismet-Tobako, gut eingezogen, wenig Molasse. Ja, ein deutlicher Unterschied in Sachen Volumen. Jetzt werde ich euch nach und nach die Köpfe bauen und dann schauen wir mal, wie viel Tabak in jeden Kopf reinkommt, so dass er, ich sag mal, leichten Kontakt hat. Und dann schauen wir mal, welcher ist der sparsamste. Jetzt die neueste Generation oder ein alter. Und damit es fair bleibt, bekommt jeder Kopf natürlich auch den gleichen Tabak. In meinem Fall von Brood, Kurtowixer. Das ist einer meiner Lieblingstabaksorten. Ist super eingezogen. Könnt ihr hier auch sehen. Andere würden sagen, der ist klebrig. Nein, der ist einfach nur gut eingezogen. Wie ihr seht, der Low Load mit Kontakt. 11 Gramm. Gut, wie gesagt, das kann natürlich auch an Tabak liegen, aber wir bauen ja alle mit dem gleichen Tabak. Das sind schon mal 11 Gramm. Ist immer noch sparsam, aber keine 6 bis 8. Den nächsten Kopf, den ich euch zeige, den mag ich besonders gerne. Das ist der Kitosan Masha. Ja, einige würden natürlich sagen, das Design erinnert mich an irgendwas. Allerdings, die Konkurrenz aus Amerika ist so im 100 Euro Bereich. Dieser hier kostet bei Amazon 16,99. Mal schauen, was der schluckt. Der Kitosan Masha mit diesem brachialen Loch für den guten Durchzug hat jetzt 13 Gramm verschluckt. Reicht immer noch 25 Gramm Päckchen für zwei Köpfe. Das ist schon ein guter Schnitt. Vor allem bei diesem Preis. Der nächste, auch mit so einem Riesenloch drin, das ist der Coloss X. Und wie ihr seht, der Tabak muss in einen Ring reingelegt werden. Kein Vollmaterial, wie man sieht. Aber er läuft trotzdem sehr gut, muss ich sagen. Und wie viel schluckt er? Das sehen wir jetzt. Surprise, surprise. Es sind 12 Gramm von diesem guten Tabak. Ist auch ein sehr gutes Ergebnis. Und den bekommt man schon recht, recht günstig. Einfach mal die Augen aufhalten. Es gibt so einige Shisha-Shops, da gibt es immer gute Prozente. Und die führen auch die Coloss-Köpfe. Und dann ist das schon ein gutes Stück. Den Marmorkopf von Global Shisha habe ich euch schon mal gezeigt. Und der ist wirklich sparsam, auch wenn der riesig aussieht. Das ist ein richtiges Sparwunder. Kein Sparwunder ist allerdings der Preis. Ja, der ist schon heftig. Der ist 70 Euro wert, der Kopf. Ist er auch wert, weil es ist ein Onyx-Marmor. Wie gesagt, aus einem Stück gefertigt. Nicht so viel mit rumspielen, sonst fällt er mir noch hin. Da kann ich mich mal entspannt zurücklehnen und sagen, einfach mal nur 10 Gramm. Bis jetzt schluckt dieser schöne Pfanne von Global Shisha im wenigsten Tabak. Und jetzt kommen wir mal zur Fickbowl. Das ist ein Kopf aus Bulgarien. Diese Form ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Wird es aber sicherlich. Eignet sich eher für ein Alu-Setup, würde ich sagen. Schauen wir mal, was dieser schöne Kopf schluckt. Ich komme mir mittlerweile vor wie in einer Shisha, aber ich glaube, ich habe noch nie so viele Köpfe hintereinander gebaut. Dieses gute Stück, die Fickbowl, verbraucht gerade mal 12 Gramm. Das ist auch nicht viel. Rauchen am besten mit Alu-Setup. Ich persönlich tendiere sowieso immer mehr als im Alu-Setup, weil ich finde, dann schmeckt der Tabak länger gut und man kann allgemein länger rauchen. Länger rauchen ist übrigens das Stichwort. Alle Setups, die ich hier zeige, halten bestimmt anderthalb Stunden so, wie ich die jetzt baue. Und dieser kleine Mini-KS-Apo, den habe ich mir vor einem Jahr auf der Messe gegönnt. Das ist, da habe ich schon gesagt, ja, sparsamer geht es ja kaum noch. Ja, abwarten. Den raucht man auch am besten mit einem One-Smoke-HMD oder auch mit einem Alu-Setup, aber ich habe mir so einen One-Smoke gegönnt. Und jetzt schauen wir mal, wie viel der kleine Mini hier braucht. Ich habe es mir fast gedacht, dass dieser kleine Mini ganz weit vorne liegt. Acht Gramm. Und mit dem One-Smoke wird der Tabak natürlich auch nicht so heiß. Sprich, er verglimmt nicht so schnell. Und damit habt ihr lange Genuss. Wie gesagt, anderthalb Stunden bestimmt. Und noch ein kleines Köpfchen aus dem Hause KS. Und zwar ist es der Kalifa in einem richtig schönen Blau. Unheimlich flach und klein. Und jetzt schauen wir mal, was der verschluckt. Der Kalifa eignet sich natürlich auch wunderbar für den One-Smoke. Und der Verbrauch? 10 Gramm. 10 Gramm? Auch ein Top-Wert. Jetzt kommen wir zum letzten Funnel. Und danach zeige ich euch noch ein paar Meerloch-Köpfe. Und das hier ist der Valraven. Und zwar ist das das Modell Zucco-Bus. Den mag ich auch sehr gerne im Moment. Mein neuer Liebling, der Valraven Zucco-Bus. Verbraucht auch gerade mal 10 Gramm. Auch nicht viel. Auch top. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Meerloch-Varianten, die sehr, sehr sparsam sind. Das hier ist auch aus dem Hause Hukain. Der Tornado. Das ist übrigens die Nummer 204. Die haben alle eine Zahl. Die sind limitiert auf wie viel, weiß ich nicht. 100.000 oder so. Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall nummeriert. Finde ich sehr schön. Fühlt man sich irgendwie besonders. Man kann ihn jetzt so bauen. Oder man legt da einfach ein Sieb rein, weil der hat schon echt große Löcher. Er ist ja nicht gerade der günstigste. Sagen wir es mal so. Der ist roundabout 40 Euro bestimmt noch. Und man sollte den Tornado eigentlich auch gar nicht so hoch bauen, weil er relativ flach ist und er könnte schnell den Tabak verbrennen. Ich habe ihn natürlich jetzt gebaut wie alle anderen. Und ich bin bei 19 Gramm gelandet. Mh, nee. Aber der Tornado ist schon ein geiler Kopf. Und es schmeckt einfach lecker. Und noch ein Mehrlochkopf, der sehr, sehr sparsam ist. Den habe ich hier den, ich weiß gar nicht, wie man den aussprechen soll. Der ist Kabel von Amazon. Unter 8 Euro kostet das Ding. Unter 8 Euro. Und der ist recht sparsam. Und wie sparsam, das schauen wir jetzt. Apropos. Mehrlochköpfe sind natürlich immer etwas großvolumiger als Pfanneköpfe. Deswegen verbrauchen sie in der Regel auch ein bisschen mehr Tabak. Dieses Preiswunder von Amazon werde ich euch unten verlinken. Dann könnt ihr euch selber mal Gedanken machen, wie der heißt. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen möchte. Aber ich sage mal so. Unter 8 Euro. Der gibt es in diesem schwarz-blau und in schwarz-rot. Und er schluckt gerade mal 14 Gramm. Und wie ihr seht, auch schön hochgebaut. 14 Gramm ist nicht viel. Und er läuft eigentlich ganz gut. Für den Preis macht man nichts verkehrt. Und für alle, die jetzt sagen, jetzt habe ich so viele alte, große Köpfe. Muss ich die jetzt alle wegwerfen? Nee, nee, Freunde. Seid einfach kreativ. Das hier sind 14 Gramm in einem Hukainkopf. Lasst doch einfach hier den Rand. Ist doch vollkommen wurscht. Den Rand einfach lassen. Und ihr zieht euch die Luft durch den Tabak ins Loch rein. Denn das geht auch mit 14 Gramm, 12 Gramm mehr. Themen, welche Tabaksorte ihr benutzt und wie lange ihr Genuss dran haben wollt. Wie gesagt, das sind so gute anderthalb Stunden. Wenn ihr sagt, ihr wollt zwei Stunden mehr rauchen, dann knallt das Ding voll. Immer locker, flockig rein damit. Allerdings geht das mittlerweile auch ganz schön ins Portemonnaie. Und für alle Leute, die sagen, ja, ich benutze aber am liebsten noch mein Kamin-Setup, da habe ich auch noch einen Tipp für euch, wie ihr da auch noch ein bisschen was sparen könnt. Und jetzt kommt der Tipp für alle, die Kamin-Setup brauchen. Das ist ja auch eine günstige Variante. Solche Köpfe bekommt ihr auch hinterher geschmissen. Und ich finde auch, für vier Schlauchpfeifen ist ein Kamin-Setup genau das Richtige. So, ihr könntet den Kopf jetzt vollknallen mit Tabak. Oder ihr setzt einfach ein Sieb rein. Und schon habt ihr hier ein bisschen was gespart. Aber da gibt es noch einen tollen Trick, um noch mehr Tabak zu sparen. Das hier ist das herkömmliche Sieb, was in den Kopf reinpasst. Das könnt ihr jetzt so machen, da habt ihr ja schon gespart. Oder ihr drückt einfach hier eine schöne Beule rein, wie ihr seht. Dann habt ihr hier auch ein bisschen weniger Volumen. Und ihr spart noch mehr Tabak. Kann man auch einfach wieder rausdrücken. Und das Sieb ist wie vorher. Kommen wir zum Fazit. Ihr müsst nicht unbedingt den neuesten Kopf für 40 Euro oder mehr kaufen. Es tun auch die günstigen Varianten. Das hier ist zum Beispiel unser Testsieger mit seinen 8 Gramm, die er gerade mal verschluckt hat. Ah, kleiner Wermutstropfen, den kriegt man kaum noch. Vielleicht schreibt ihr mal KS an. Vielleicht gibt es noch irgendwo welche. Ansonsten habt ihr gesehen, es gibt auch ältere Köpfe, die sparen können. Und ihr könnt ja auch mit euren alten Köpfen ganz normal weiter rauchen. Sollte es ein Meerlauchkopf sein, wo ihr keinen Regen legen könnt, dann macht einfach ein kleines Katzenhäufchen, sag ich mal, oben auf die Löcher, dass die Löcher verschlossen sind. Dass man ein bisschen Kontakt zum HMD hat. Und dann läuft er auch mit ganz, ganz wenig Tabak. Also ihr müsst da nicht unbedingt. Aber ich kenne das mit der Sammelleidenschaft. Wenn man die hat, dann hat man die. Und dann muss man so viele Köpfe kaufen, bis der Keller überquillt. Ich kenne das. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte teilt meinen Beitrag. Bitte liked meinen Beitrag. Kommentiert ihn gerne. Und lasst bitte ein Abo da. Dankeschön. Ciao.